Im letzten Spiel dieses Spieltags trennen sich der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen 0 zu 0, bringt beiden nicht wirklich viel. Die Leverkusener haben ja noch Minimalschancen auf Platz 5, vielleicht sogar auf einen Champions-League-Platz. Aber sagen wir es so, wenn man mal sieht, wie die Hinrunde gelaufen ist, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass Leverkusen gerade im Moment da ist, wo sie sind. Und deswegen würde ich sagen, Platz 6 wäre eine sehr, sehr starke Leistung von den Leverkusenern. Sicherlich ist Platz 5 noch drin, es sind noch 6 Punkte, aber da muss schon einiges passieren und die vorderen Teams müssten richtig einbrechen. Und Leverkusen muss dann ja auch noch gewinnen. Der VfL Wolfsburg, ja, was ist da noch drin? Vielleicht Platz 7, dass man vielleicht hoffen kann auf die Conference League, aber mehr wird da auch nicht drin sein. Zum Spiel heute, ja, es war nicht das beste Spiel, es war aber auch nicht das schlechteste Spiel von beiden Mannschaften. Sie hatten beide ihre Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen haben, jeweils die Chancen nicht genutzt und dann kommt eben so ein 0 zu 0 dabei raus. Die Abwehreien haben dicht gehalten, die Torhüter haben den Kasten sauber gehalten, das ist positiv anzumerken. Aber ansonsten war es jetzt kein weltbewegendes Spiel, was man gesehen haben muss. Also, ja, deswegen freue ich mich auf die Mannschaften am nächsten Spieltag, dass sie es besser zeigen können. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, Abonnier nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.